Gut gemacht, Hero! Danke, Thomas! Und dann passiert es. Spencer schlängelte sich hinter Thomas auf die Strecke. Da bist du ja! Spencer! Thomas sauste schnell wie der Wind übers Gleis. Dieses Mal wirst du mir nicht entkommen, Thomas! Hero dampfte so schnell er konnte. Er wollte bloß weg von Spencer. Dann sah Spencer Hero. Er hatte noch nie eine so seltsame Lok wie Hero gesehen. Wer bist du denn? Hero! Thomas! Dieser Lok kann ja noch nicht mal richtig schnaufen. Hero begann immer stärker zu klappern und zu schippern. Sein Dampfdurm schwankte und seine Zylinder ächzen. Hero war besorgt. Ohne das neue Riegelventil könnte er nur stottern und husten. Heroes neue Lampe löste sich und traf Spencer. Heroes Maschine begann zu ruten, nur zu zittern. Heile lösen sich und knallten scheppernd auf die Schienen. Nein! Keine Angst, Hero! Du kannst es schaffen! Thomas! Hilf mir! Aber je mehr Hero sich anstrengte, desto stärker wackelte er. Lass bloß weiter, Hero! Weite Teile lösen sich und floggen davon. Thomas! Du schaffst es, Hero! Das sehe ich aber ganz anders. Hero wusste, dass Spencer recht hatte. Der Helde schienen war wieder ein Haufen Schrott. So hat es mich noch vor geht. So fällt спортberin des Eins. ramble Begrate